Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ich bin, wie ihr seht, nicht in meinem üblichen Zuhause. Ich bin im Urlaub. Ich bin vorhin oder gerade erst in Zypern gelandet. Hab mir gedacht, okay, ich mach jetzt gleich ein Update-Video. Ich war ja vor einem halben Jahr schon mal hier und da ist der Kurs auch nach unten gedumpt. Also ihr seht, sobald ich hier in Zypern bin, dumpen die Kurse. Aber gut, schauen wir uns jetzt gleich mal ganz genau an, was ist passiert. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 41.500 US-Dollar. Wenn euch das Video auf jeden Fall dann gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like. Da abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wir hatten relativ flotten Dampf, sage ich jetzt mal. Wir sind jetzt gerade auf dem 4-Stunden-Chart. Momentan 41.500 US-Dollar. Wir hatten hier unseren Trend-Kanal, den wir hier gebildet haben. Unsere Art Bull-Flag, die jetzt nach unten hin ausgebrochen ist. Nachdem wir es nicht geschafft haben, hier über diesen 200er SMA auf den 4-Stunden-Chart zu kommen und die EMA-Ribms auch weiterhin als Widerstand sehen. Wir haben immer noch einen CME-Gap. Das liegt bei ungefähr 42.700 US-Dollar. Das wurde auch nicht gefällt. Also haben wir erst mal momentan ein bisschen mehr Potenzial, sage ich mal, nach oben hin zu traden wieder. In 4 Stunden RSI befinden wir uns leicht wieder oder fast im überverkauften Bereich. Also nach dem Dump jetzt wieder. Aber wir haben zusätzlich immer noch eine Bullish Divergence. Ihr seht es hier unten ganz gut. Wir haben höhere Hochs im RSI gebildet, aber tiefere Tiefs im Chart. Ist eine Bullish Divergence, ist grundsätzlich erst mal Bullish. Und die jetzt sogar dreifach mittlerweile. Was relativ wichtig jetzt war, ist, ihr seht hier drüben diesen steilen Pump. Plus, wir hatten hier auch nochmal eine kleinere Demandzone. Kommt halt jetzt alles mit dazu. Wir haben jetzt unser Void geschlossen. Ist grundsätzlich erst mal Bullish, weil dieser Bereich hier drüben jetzt erst einmal mit Liquidität gefüllt wurde. Also erst einmal ein gutes Zeichen. Dieser Bereich wurde gefüllt. Theoretisch haben wir jetzt nach unten hin nicht mehr viel, sag ich mal, Luft nach unten her, wo wir jetzt noch unbedingt hin könnten. Das Einzige, was ich euch schon mal vor ein paar Tagen gesagt habe, war dieser Bereich hier unten um die 39.000 bis 40.000 US-Dollar, weil hier unten einfach dieses Golden Pocket von unserer gesamten Aufwärtsbewegung hier liegt. Also das würde ich mal noch nicht außer Acht lassen hier unten. Trotzdem sieht es jetzt momentan für mich hier erstmal persönlich nach einer Bodenbildung aus. Wir haben unser Void geschlossen. Wir sind in die Supportzone reingekommen bei ungefähr 41.200 US-Dollar in die Demandzone. Wir haben das Void gefüllt. Also hier kommt wirklich eine Menge, Menge zusammen. Und jetzt wäre es erstmal Bullish, wenn wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen konsolidieren würden und hier erstmal ein bisschen seitwärts traden würden, bevor wir dann wirklich mal einen Bounce nach oben hin bekommen. Nächster Widerstand, sag ich mal, wäre dann hier in dem Bereich von 43.600 US-Dollar. Wo dann unsere Supply liegt, wo unser Monats-Pivot liegt, ist zwar jetzt noch, sag ich mal, 2.000 Punkte nach oben hin entfernt, aber trotzdem, ich würde es nicht abschreiben. Also wie gesagt, wir haben diese Bullish Divergence, das Abverkaufsvolumen. Auch wenn das jetzt krass war, sag ich jetzt mal, was jetzt hier mit der letzten 4-Stunden-Candle passiert ist. Aber schaut euch mal das Abverkaufsvolumen an. Es nimmt immer weiter ab, seit wir von hier oben immer wieder gedammt sind. Sehen wir hier auf jeden Fall, dass weniger Abverkaufsvolumen hier reinkommt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was uns jetzt natürlich fehlt, ist einfach dieses Kaufverhalten, beziehungsweise das Kaufvolumen, was hier in den Markt auf jeden Fall rein muss. Gut, ja, so viel zu Bitcoin. Gibt sich viel zu sagen ansonsten. Die Supportzonen sind klar. Wir schauen uns nochmal kurz auf den Daily an. Auch hier sehen wir, wir sind genau ans 0,5er Fibonacci Retracement Level gekommen. Der RSI hat deutlich jetzt abgekühlt. Also wir sind hier im 40er Bereich. Ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Also für mich sieht es ehrlich gesagt momentan hier erst einmal nach einer möglichen Bodenbildung aus. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat den Support komplett durchbrochen. Also wir hatten ja hier immer wieder einen schönen Bounce gehabt. Sind jetzt drunter gefallen. Aber haben jetzt unsere nächste wichtige Supportzone getroffen. Auch hier hatten wir drüben Void. Das wurde jetzt gefüllt. Jetzt haben wir hier fast dreifach unterstützt. Wir haben den Monats-Previd. Wir haben den 200er SMA. Wir hatten den 200er EMA. Der gut, der war noch ein bisschen weiter oben. Aber hier unten, das ist eigentlich so ein perfektes Level, um hier möglicherweise eine Long-Position einzugehen. Wir sehen es auch hier. Tiefere Tiefs im Chart. Dafür aber ein höheres Hoch im RSI auf dem 4-Stunden-Chart. Also auch hier sehen die Zeichen erst einmal Bullish aus. Ich möchte es nicht über Bullish hier klingen oder sonst was. Also versteht mich nicht falsch. Aber kurzfristig, dass wir unseren Bounces nach oben kriegen könnten, beziehungsweise im Laufe des heutigen Tages oder in der Nacht, stehen die Zeichen auf jeden Fall erst einmal gut. Wir haben die Voids gefüllt. Wir haben jetzt überall wichtige Support-Bereiche getroffen. Auch bei Ethereum. Und auch hier nimmt das Abverkaufsvolumen deutlich ab. Also ich würde jetzt mal noch nicht hier wieder von 30k oder sonstiges sprechen. Es sieht, klar, es sieht nicht gerade geil aus, sage ich mal. Es sieht absolut scheiße aus momentan. Aber trotzdem, man muss auch immer die positiven Seiten sehen. Und wenn wir jetzt nach Chart-Analyse gehen, könnte hier wirklich eine mögliche Bodenbildung jetzt einsetzen. Mit einer Triple Bullish Divergence bei Bitcoin. Bei Ethereum mit einer ganz normalen Bullish Divergence. Schauen wir uns noch Cardano an. Cardano hat im Bereich von 1 Dollar erst einmal durchbrochen. Auch hier Void erst einmal gefüllt. Erst einmal ein gutes Zeichen. Aber Cardano ist jetzt momentan hier in so einem Niemandsland. Wobei, was heißt Niemandsland? Ihr seht hier drüben, wir hatten hier unser Adam-and-Eve-Pattern. Und jetzt schaut mal, wo wir hier gelandet sind. Wir sind ziemlich hier genau wieder an dieser Neckline gelandet. Wo wir jetzt erst einmal Support gefunden haben. Also auch hier könnte man sagen, okay, auch hier Bullish Divergence. Triple sogar auch wieder so wie bei Bitcoin. Es sieht gar nicht so schlimm aus eigentlich. Also ich würde jetzt hier noch nicht einen Teufel an die Wand malen. Zu kritisch sein. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Für mich ist es momentan eher so eine Situation, okay, wir könnten jetzt langsam hier wieder in einen Bounce-Bereich kommen. Beziehungsweise könnten wir jetzt hier den Boden gefunden haben. Ansonsten würde ich jetzt nicht zu tief noch in irgendwelche Altcoins reingucken. Wir können uns mal Luna angucken, der ja absolut, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, reingeschissen hat. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Aber auch hier, nachdem wir den wichtigen Bereich um 92 US-Dollar verloren haben, hier auch ewig gebaunt sind und nicht über ein 200er SMA gekommen sind. Nächster Support-Bereich, Monats-S1 liegt hier unten auch noch bei 81. Also die Frage ist, ob wir hier wirklich hinkommen. Ich bezweifle das bei Luna immer wieder und wir haben auch hier erst einmal dieses Void hier drüben geschlossen, beziehungsweise diesen Pump hier aufgefüllt. Also von Altcoins, ganz ehrlich, würde ich mich jetzt erstmal fernhalten. Bitcoin, Ethereum, sieht gar nicht so übel aus. Die restlichen Altcoins, erst einmal Finger weg, meines Erachtens nach. Gut, schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Muss ich ein bisschen zurückblättern. So, Meta, Facebook startet den zweiten Versuch für eigene Kryptowährung. Haben sie aus dem ersten Ding nichts gelernt. Nehmt einfach Bitcoin und gut ist. Ne, wenn euch der Artikel interessiert, schaut bei CryptoGuru vorbei. Ansonsten werde ich ihn euch noch in die Telegram-Gruppe stellen. Und sonst, die Woche gibt es auch ganz normal Livestream, können wir machen. Sollte normalerweise vom Internet klappen, wenn nicht, müssen wir es halt canceln. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Nachmittag, wenn es irgendwas gibt. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, auch wenn ich im Urlaub bin. Kennt nicht, ich bin den ganzen Tag am Handy und chillt, charts. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Nachmittag auf jeden Fall noch. Genießt es, wenn bei euch schönes Wetter ist, wie auch immer. Ich werde mich jetzt dann im Pool chillen. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto, ciao, ciao.